reguläre sprachen haben wir erledigt kontextfreie sprachen haben wir erledigt es bleibt der blick auf kontext sensitive sprachen typ 1 sprachen und natürlich auf die ganz allgemeinen typ 0 sprachen und das möchte ich heute in diesem kurzen video noch vorbereiten indem ich zunächst einmal frage wie wir die berechnungsmodelle die wir bisher kennengelernt haben verallgemeinern können also das heißt wie berechnung jenseits von typ 2 aussehen könnte mein name ist markus grüsch willkommen zurück zur vorlesung für formale sprachen und automaten an der t u dresden wir haben ja schon einige modelle kennengelernt bei regulären sprachen waren es die endlichen automaten das waren für die typ 3 sprachen gerade die richtigen modelle die waren sehr einfach wir hatten eine endliche steuerung und sind einfach nur mit dieser endlichen steuerung die durch diese übergangsfunktion gegeben war über eine eingabe wort gelaufen von links nach rechts und am ende haben wir es akzeptiert oder eben nicht für kontext freie sprachen mussten wir eine erweiterung finden und wir haben durch anschauen einiger beispiele und algorithmen uns hergeleitet dass das dass die erweiterung die wir hier brauchen ein speicher ist reguläre sprachen können zum beispiel nicht zählen weil sie sich nicht merken können wie oft etwas bereits aufgetaucht ist mit ihrer endlichen steuerung das haben wir gelöst indem wir einen neuen speicher hinzugefügt haben den keller speicher für die keller automat ansonsten blieb aber die endliche steuerung relativ analog zu dem was wir vorher hatten es gab übergänge und in jedem übergang konnte der automat jetzt einfach noch etwas mehr tun wir konnten zusätzlich zu dem weiterlesen im eingabe wort auch ein symbol vom keller lesen oder ein neues symbol auf den keller schreiben konnten auch all das gleichzeitig tun oder eben nur eins von alledem oder gar nichts wenn wir y übergänge hatten all das war zulässig okay das war also die erweiterung und jetzt wollen wir fragen was könnte man im allgemeinen tun wenn man jetzt zu typ 1 oder typ 0 sprachen gelangen will wie könnten wir dieses modell noch stärker machen so dass wir noch mehr berechnen können geht das überhaupt ob das überhaupt geht das kann man sich relativ leicht überlegen indem man sich ein beispiel anschaut für eine sprache die jenseits von typ 2 liegt die wir schon kennengelernt haben da nehmen wir einfach die sprache auch auch i b hoch i c hoch i die habe ich ja eine ganze menge an videos hier schon betrachtet und erwähnt wir wissen die ist nicht kontextfrei und wird also auch von keinem pushdown automaton von keinem keller automaten erkannt trotzdem wenn ich ihnen die sprache so gebe und sie sollten für diese sprache ein computer programm schreiben das eingaben verarbeitet um herauszufinden ob die eingabe in dieser sprache liegt dann wäre das ziemlich einfach in einer beliebigen programmiersprache das zu lösen das würden sie sicher als übung ohne weiteres hinbekommen zum beispiel indem sie zählen wie oft sie a b und c hier im wort finden und dann einfach die zahlen miteinander vergleichen natürlich müssen sie auch prüfen dass keine bs vor as auftauchen und keine cs vor bs oder vor as okay das alles wäre kein problem das heißt es ist irgendwie lösbar und man könnte das jetzt berechnen wenn ich aber sage benutzen sie doch eine allgemeine programmiersprache dann ist das natürlich nicht unbedingt die lösung die wir uns für ein berechnungsmodell in der theoretischen informatik wünschen oder als grundlage der informatik für kontext für kontext sensitive sprachen oder für typ 0 sprachen wünschen der grund ist einfach der dass praktische programmiersprachen sehr kompliziert sind wenn ich jetzt sagen würde unser berechnungsmodell heißt c++ oder unser berechnungsmodell heißt rust oder python dann müssten wir hunderte von seiten von sprachspezifikationen untersuchen und im detail anschauen um wirklich genau festzulegen oder genau zu verstehen was diese sprachen können und welche features sie bieten das wäre etwas unhandlich damit könnte man sehr schwer dinge verstehen ja man müsste unglaublich lange beweise schreiben zum beispiel für diese vielen features wir wollen also lieber etwas einfaches und vorzugsweise etwas was so ähnlich aussieht wie die automaten modelle die wir schon kennen gelernt haben also wieder mit so einer kleinen endlichen steuerung und vielleicht einem speicher hantieren ein problem löst was noch komplizierter ist als das wort problem von kontext freien sprachen wie könnte das gehen geht das überhaupt ja was könnte man da tun die haupteinschränkung von keller automaten war ja das eingeschränkte speichermodell wie könnte man das erweitern und das ist der punkt an dem ich normalerweise in einer normalen präsenz vorlesung in die runde schau und frage was können sie sich vielleicht vorstellen was könnte man machen wie könnte man das erweitern und einfach mal so ideen sammler und das dann hier einsortiere das geht jetzt leider nicht so gut sie können sich die gedanken trotzdem bitte machen was könnte man tun was wären für alternativen denkbar zum keller automaten mit einem besseren oder anderen oder allgemeineren speichermodell und normalerweise würden sie vielleicht ein paar ideen auch erhalten durch das was ihre kommilitonen hier zurufen das ersetzen wir jetzt einfach dadurch dass ich schritt für schritt hier durch die folien gehe und zumindest in irgendeiner reinfolge ihnen schon mal ein paar sachen sagen dann fallen ihnen vielleicht zwischendurch noch mehr sachen ein halten sie das video ruhig mal an wenn sie sich darüber gedanken machen wollen wie das gehen könnte was sie da überlegt haben ok ok was könnte man machen wie könnte man keller automaten erweitern naja fangen wir mal mit etwas ganz einfachem an was sehr direkt als erweiterung denkbar ist wir geben dem keller automaten einfach mehr keller also das heißt das speichermodell bleibt gleich wir haben weiterhin diesen stapel speicher aber wir erlauben jetzt dass zwei oder mehr solcher speicher verwendet werden soll das sieht zum beispiel so aus ich habe die endliche steuerung ich habe jetzt zwei keller die unterschiedliche inhalte haben können die wir jeweils von oben lesen und von oben schreiben aber die anzahl der keller ist vorher bekannt ich habe also keine dynamische anzahl ich verändere die anzahl der keller nicht etwa beim rechnen oder während ich das wort lese sondern ich weiß von vornherein das ist ein automat mit zwei keller und ich kann dann entsprechend auch die endliche steuerung arbeiten also wir hatten ja jetzt für einen keller steuersymbole in jede in übergang mit aufgenommen was soll gepusht werden was soll gepoppt werden und das kann man natürlich auch genauso gut für zwei keller oder für drei keller tun dann werden die übergänge ein bisschen länger aber es ist immer noch eine endliche steuerung das wäre also eine sache die man definieren könnte und ich denke mal sie könnten sich selbst vorstellen wie die definition aussieht also sie haben ja die definition von keller automaten gesehen ich hoffe dass sie es schaffen würden auf dem papier eine formale definition für so einen zwei keller automaten oder drei automaten aufzuschreiben mit der man arbeiten könnte ja gibt vielleicht wieder mehrere möglichkeiten wie man es definiert aber irgendeine gute definition würde ihnen bestimmt einfallen oder okay erste möglichkeit mehr starte was könnte man noch machen andere ideen naja eine andere idee die kam ihnen vielleicht auch schon oder vielleicht sogar vor den mehreren kellern ist man könnte statt einem keller eine andere daten struktur verwenden zum beispiel keller ist ja ein last in first out speicher ein lipo bei vielen anwendungen finden wir anderer typen von speichern insbesondere first in first out die warteschlange die q das könnte man genauso verwenden das würde sich im handling her fast so wie ein keller verhalten wir können in jedem schritt ein symbol lesen und ein symbol schreiben nur dass die lese und schreiboperationen jetzt nicht pop und push sind sondern die q und n q also wir lesen am ende wir schreiben am anfang der schlange ansonsten bliebe alles gleich die übergänge würden im prinzip genauso aussehen sie hätten jeweils zwei symbole für die interaktion mit der warteschlange aber es wäre eben eine andere bedeutung für den speicher der da verarbeitet werden soll macht das überhaupt einen unterschied genauso mit den mehreren kellern macht das überhaupt einen unterschied das scheint fast das gleiche zu sein ja es sind doch nur ganz minimale abwandlungen und man kann sich natürlich fragen kommt dabei vielleicht überhaupt genau das gleiche raus also kann man zum beispiel mehr erledigen mit einer warterschlange als mit dem keller oder genauso viel oder unterschiedlich viel das ist erst mal auf den ersten blick nicht offensichtlich würde ich sagen was gibt es noch naja man könnte auch ein bisschen weiter weg denken man könnte vielleicht andere speicherformen sich überlegen die nicht so aussehen wie wir das bei diesen warteschlangen oder keller bisher gesehen haben also so was im prinzip collections oder listen darstellungen waren wir könnten ja zurückgehen zu unseren beispiel algorithmen oder auch zu dem algorithmus den ich ihnen skizziert habe für a hoch i b hoch i c bei dem sie ja letztlich zählen wollen sie würden gerne die a's und die b's und die c's zählen und die werte dafür irgendwie speichern dafür brauchen sie als speicherplatz ja eigentlich in erster linie natürliche zahlen sie müssen irgendwie die zahl i oder was auch immer konkret an deren stelle auftaucht im input abspeichern damit sie später mit dem vergleichen können was sie anderswo finden und das könnte man auch realisieren man könnte statt eines kellers endlich viele speicherplätze für natürliche zahlen einführen das ist auch ganz einfach es würde vielleicht so aussehen hier hätten wir drei verschiedene zähler die existieren auch hier wäre die zahl vorher bekannt es wäre festgelegt wie viele solche zahlen sie zur verfügung haben vielleicht auch nur eine und die schwierigkeit jetzt vielleicht technisch ist ein bisschen sich zu überlegen wie wie würde so ein automat am besten aussehen von der definition her also sie können da jetzt nicht mit push und pop arbeiten oder irgendwelche zeichen drauflegen sondern sie müssen irgendwie diese zahlenwerte verändern und dazu möglichst wenig ausdrücke verwenden möglichst eine einfache sprache finden die das kann und eine möglichkeit wäre zum beispiel dass man in einem übergang eine einzelne variable immer um eins erhöhen oder um eins erniedrigen kann wenn sie nicht schon null ist oder man kann vielleicht ein test durchführen ob sie genau null ist und abhängig davon nur den übergang durchführen das wäre so eine art leser operation auch beliebig viele konkrete zahlen werde zu testen ist vielleicht nicht so praktisch weil dann hat die steuerung eine sehr große menge an möglichen symbolen ja wenn sie für jede natürliche zahl einen test einführen dann haben sie unendlich viele mögliche übergänge ist auch nicht allzu schlimm aber will man vielleicht vermeiden dass man nur indem man nur auf null testet für die ähnlichkeit ok das heißt natürlich nicht wirklich viel denn man kann auch auf andere zahlen testen indem sie einfach im automaten übergangsmodell eine bestimmte anzahl an dekrementierung schritten durchführen und dann testen ob sie null erreicht haben auf diese art zum beispiel das wäre eine möglichkeit um eine konkrete zahl zu testen ok das wären also zählerautomaten letztlich und gut das wären jetzt mehrere möglichkeiten vielleicht haben sie noch andere ideen andere rückmeldungen die ich manchmal habe in vorlesungen ist dass man ja vielleicht den keller so lassen sollte wie er ist aber man könnte ja dem automaten erlauben in mehrere richtungen zu lesen vielleicht nicht nur von links nach rechts sondern auch wieder zurück zu gehen und zu schauen was da gestanden hat das ist auch eine interessante erweiterung aber über die möchte ich hier nicht sprechen das können sie übrigens schon bei endlichen automaten ohne speicher machen ja was passiert wenn man reguläre sprachen auch rückwärts lesen darf und da das sind dann so 2 way automata und andere strukturen da gibt es schon noch eine ganze menge anderer modelle die man sich vorstellen kann außer denen die ich hier genannt habe also vielleicht haben sie auch was ganz anderes noch sich einfallen lassen vielleicht was was noch gar niemand bedacht hat aber das allein gibt uns ja hier schon eine ganze menge möglichkeiten und dabei wollen wir es erstmal kurz belassen man kann natürlich auch sagen man schaut sich gar nicht so sehr automaten an sondern man überlegt noch was andere berechnungsmodelle sein könnten wir hatten ja gesagt in der programmiersprache könnte man das vielleicht ganz gut lösen das ist vielleicht im allgemeinen also im konkreten fall von sowas wie java oder python keine so gute idee weil die sprachen unglaublich komplex sind aber vielleicht könnte man sich ja eine einfache programmiersprache zurecht legen die nur dazu da ist um ganz einfache operationen durchzuführen und ganz wenige features nur enthält sodass man letztlich doch ganz gut analysieren kann was diese sprache kann und auch das ist möglich wir stellen uns zum beispiel mal eine programmiersprache vor in der es variablen gibt natürlich wir wollen irgendwas speichern wenn sie aber ein konkretes programm schreiben dann werden sie immer nur endlich viele variablen in diesem programm haben das heißt sie wissen vorher schon wie viele speicherstellen sie dafür haben die variablen können beliebige zahlen speichern das heißt das kann schon sehr viel speicher sein wenn sie beliebig große zahlen da darstellen können es gibt nicht 16 bit oder 32 bit oder irgend sowas sondern es ist einfach eine zahl sie können irgendwie werte zuweisen zu den variablen zum beispiel indem sie einen ausdruck mit plus und minus und anderen variablen und zahlen bilden x gleich x plus 1 oder so könnten sie hinschreiben als werte zuweisung damit sie die zahlen verändern kann und dann möchten sie aber sicherlich auch noch irgendeine art von schleifen konstruktion haben damit sie nicht einfach nur eine liste von befehlen haben die von oben nach unten abgearbeitet werden das wäre etwas zu simpel da könnte man nicht viel machen damit aber wir könnten zum beispiel noch so was wie eine while schleife einbauen while x ungleich 0 du und dann irgendein block von dingen die wiederholt werden solange x nicht 0 ist wieder mit zuweisungen darin und das hat man tatsächlich gemacht das im prinzip was ich hier skizziere ist bekannt unter dem namen while programm darüber werde ich noch mal in einer anderen videoreihe im größeren detail sprechen wo es um theoretische informatik dann geht aber schon jetzt sehen sie wahrscheinlich ganz gut wie man das definieren könnte und dass das möglich wäre man könnte sich auch andere versionen von so einer programmiersprache vorstellen vielleicht will ich kein while haben sondern if bedingungen einführen und goto if alleine hilft uns auch noch nicht viel weil da kann man trotzdem nicht viel nicht viele iterationen machen weil man letztlich nur von oben nach unten abarbeitet und manches vielleicht nicht abarbeitet wenn das if nicht zuschlägt aber das wäre wieder nur ein sehr einfaches programm aber mit hilfe von goto können sie zurückspringen und dinge nochmals durchführen und natürlich in der hochsprachen programmierung ist goto längst verpönt das benutzt man nicht aber das ist als rechenkonstrukt durchaus valide und in assembler artigen sprachen findet man sowas natürlich auch noch kann man machen gibt sogenannte goto programm jetzt kann man natürlich sagen bei beiden diesen dingen wenn sie das mit dem automaten modell vergleichen ist vielleicht nicht sofort klar wie das mit formalen sprachen zu tun hat ja also bei automaten hatten sie irgendwie eingaben aus zeichen und die haben wir gelesen und dann wurde eine akzeptanz entschieden oder eben nicht hier dagegen habe ich irgendwelche programme mit zahlen und es ist erstmal gar nicht klar wie so ein programm überhaupt ein wort als eingabe erhalten kann also vielleicht muss ich das dann irgendwie anders definieren oder ich muss mir zumindest mal überlegen wie wie man mit wörtern das zusammenbringen könnte einfacher vorschlag sie könnten sagen ein wort was irgendwie gegeben ist wird in einer wird binär kodiert ja also das schafft man sicherlich irgendwie dass man die alphabetsymbole binär kodiert und hintereinander schreibt dann erhalten sie einen string aus nullen und einzen und an den string hängen sie vorne noch eine 1 damit keine führenden nullen gibt und dann lesen sie das ganze ding als binär kodierung einer zahl und diese zahl nehmen sie als eingabe für das programm was mit zahlen hier rechnen kann also geben dem also nur eine möglicherweise sehr große natürliche zahl als eingabe für eine bestimmte variable und dann lassen sie es mal rechnen und das soll vielleicht wieder eine zahl ausgeben wenn die zahl null ist es verwirft ist wenn die zahl eins ist akzeptiert sowas in der richtung also man könnte sich ja schon auch codierungen überlegen mit denen man auch bei solchen programmen die auf den ersten blick nur mit arithmetik hantieren irgendwie formale sprachen in bezug bringt das geht also schon okay gut soweit dazu ist also schon eine ganze menge möglichkeiten die wir hier gesehen haben hier nochmal zur zusammenfassung was wir an ideen gesammelt haben keller automaten mit zwei stapeln keller automaten mit noch mehr stapeln warteschlangen automaten zähler automaten while programme goto programme all das können wir formal definieren vieles davon können sie wahrscheinlich schon aus dem stehgreif direkt formal definieren mit dem was sie schon gesehen haben und natürlich könnten wir jetzt sie sehen in jede dieser richtungen weitergehen hier in den videos und uns alle diese modelle im detail ansehen und sie untersuchen und sie merken schon diese einfache welt der hierarchie wo man typ 2 typ 3 typ 2 typ 1 typ 0 hat die geht einem ganz schnell verloren wenn man plötzlich so viele verschiedene möglichkeiten hat so viele verschiedene dinge die irgendetwas tun und die man analysieren kann und tatsächlich würden sich ja für all diese sachen sehr viele fragen ergeben ja mindestens mal die eine frage die man immer stellen kann nämlich welche sprachklasse kann ein bestimmtes modell akzeptieren das ist selbst wenn sie nur diese eine frage stellen sind das schon eine menge fragen für diese verschiedenen ähm formalismen es ergeben sich also sehr viele fragen aber interessanterweise immer wieder die gleiche antwort und die lautet genau die typ null sprach all das all diese verschiedenen ansätze und viele andere auch die ihnen vielleicht noch eingefallen sind akzeptieren genau die gleichen sprachen und es sind die typ 0 sprach das ist überraschend und interessant und faszinierend aus verschiedenen gründen zum nächsten einmal all diese verschiedenen dinge sind gleich aha das überrascht ja wenn sie sehen wenn ich davon spreche dass ich irgendwie komplizierterweise eine ein wort in einer in einem bit string kodiere und daraus eine zahlbauer die in einem programm verwendet wird das soll gleich sein zu einem kellerautomaten der zwei stapel hat und wiederum der kellerautomat mit zwei stapeln ist so viel mächtiger als der kellerautomat mit einem stapel der nur die kontextfreien sprachen erkennen konnte das ist also schon irgendwie überraschend dass das also die dinge die uns vielleicht sehr allgemein schienen oder die uns sehr speziell schienen oder die uns sehr stark oder sehr schwach erschienen sind dass die alle letztlich genau das gleiche tun die andere überraschung ist dass wir typ 1 übersprungen haben ja also wir haben hier relativ viele erweiterungen die man als vielleicht kleinstmögliche erweiterungen für die idee des kellerautomaten sehen könnte ja also wir machen aus einem keller zwei keller ja was wir was können wir weniger tun ja und trotzdem springen wir sofort zu typ 0 wie bitte schön bekommen wir dann also typ 1 anderthalb keller wird schwierig ja also da muss man sich irgendwas anderes einfallen lassen die typ 1 sprachen scheinen sich da in irgendeiner weise anders zu verhalten als der rest oder ein bisschen subtiler abgestuft zu sein als der rest das wird zu besprechen sein okay aber auch darüber hinaus wirklich ganz wichtig hier eine grundidee der informatik die wir hier zum ersten mal wirklich klar vor uns sehen nämlich die die idee dass berechnung dass das was computer tun universell ist in einer bestimmten art und weise dass sie ab einem bestimmten punkt ab einer bestimmten stärke für die berechnung die sie zulassen ähm plötzlich genau das gesamte erhalten über das die informatik letztlich äh forscht ja also es ist auch äh hier zum ersten mal ähm zu sehen ein aufblitzen dieser universalität des fachs in dem wir uns bewegen dass wir also nicht einfach nur ingenieure sind die ähm mal dieses und mal jenes zeitgenössische hardware modell anschauen sondern dass wir tatsächlich etwas untersuchen was wie berechnung nennen was eine äh allgemeine größe ist was eine allgemeine gesetzmäßigkeit ist ähm die äh in ganz verschiedenen formen uns immer wieder ähm entgegentritt und die dennoch letztlich äh oft das gleiche bedeutet also die die in gewisser weise allgemeingültig ist und das ist ja schon irgendwie was recht spannendes und auch etwas was ähm den reiz ausmacht an äh auch der theorie der informatik die äh sich eben damit beschäftigt was dieses mysteriöse ding was wir berechnung nennen nun eigentlich ist was es kann und wie man es äh besser fassen und verstehen kann okay das erstmal nur als einleitung äh von mir äh genauer werden wir es im nächsten video dann angehen viele fragen sind offen geblieben welches berechnungsmodell von diesen vielen auch wenn sie äquivalent sind sollen wir denn jetzt verwenden antwort keines ich werde noch ein weiteres einführen ähm was wir als informatiker natürlich alle kennen sollten ähm und dann natürlich die frage was machen wir mit typ 1 wo kommt das eigentlich her wenn nicht aus diesem modell unterscheiden sich typ 0 und typ 1 überhaupt vielleicht ist das nur deshalb alles typ 0 weil typ 0 und typ 1 gleich sind ne wird natürlich nicht so sein es gibt unterschiede und ähm die werden wir auch noch ein bisschen rausarbeiten wollen okay das war es erstmal von mir ja heute ähm vielen dank für die aufmerksamkeit bis zum nächsten mal tschüss und auf wiedersehen tschüss 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 tschüss